Hallo und schön dass ihr hier seid bei EGNS KS2 mit der Miss Käfer und Erdkräfte 27 und den wunderschönen Sonnenautag Ah Sonne Oh Nein es herrscht Krieg Krieg ein junger Krieg jetzt will er sich an meinen Sachen vergriffen Ne, nur schau was du hier machst das ist hier alles nur Blödsinn und Blödsinn Blödsinn Maka Plötz doch Nein nicht immer so äh was können wir mal anfangen ich habe jetzt gesehen dass er nämlich jetzt unser gemeinsames Dings auch veröffentlicht hat EG sein Mann von den Dingsen das Redest du ein lustiger ist er nicht auch die Rezepte zu spielen kann also duplizieren Maka ein Dings Katolik zu dir er liegt und Euro Masch wollte ich da und ich wollte es brauchen was ich weiß nicht mehr was laut ruhig nicht und die oder dieser Reifung ist großteil hier im normalen Bereich um dann Was sagt denn unser gutes IMC-Kraft-Book? IMC-Kraft, aha, ja, gratuliere. Ja, gratuliere. Dazu sage ich mal nix. Da sage ich mal nix dazu, ja, schriftlich. Danke für den Kommentar. Dazu sage ich mal nix. Danke, dass du mich leiden kannst. Man kann dich schon leiden. Und, Seb, finde ich sehr, sehr schön. Ritual Pinding für das Bladesword, oh Gott. So, ich hab da kein Blut drin, deswegen geht's nicht. So, ähm, ja. So, was haben wir denn hier schön? Seine Grüße haben wir mal aufgestellt, das stimmt wohl. So, Runiken, Matrix. So, mal machen. Schauen wir uns mal an. Auf 2000. Wenn wir noch ein bisschen warten, da, so. Was sagt das gute Buch uns dazu? Ne, Römer, Elze, Kormonent, Entomic, Infusion, Check, der Ex-Astris-Section. Stick auf. Stas, stas, das, 3000 kostet das. Keine Ahnung, was sie damit meinen. Ich ja nicht. Ich baum mir ein Irrenschwert. Irrenschwert. Dann brauchen wir eins. Dann brauchen wir 3000. Ihr Flalungsplunkte. Also Blut. besitzt haben auch die fahrende macht und die macht ruhe das ist kein was schlecht ich verlohren schulungen ja die sucht alle alles kennt alle sachen um ich sehe also automatisch Köln so ein KT in der Zertzett in Tukur auf der Vorling dann kommt die ersten mal das ist natürlich vorderhafter was das scheint länger zu der Zuschauer aber du sprachst ja ein klick wenn man sowieso umläuft ja aber du musst ja wahrscheinlich sicher auch 30 und auf einem Teil rauschauen damit wirklich keine Ahnung. Ja, nur super hochbeigehen glaube ich nicht. Ich glaube, super rumlaufen glaube ich nicht, dass sie das kentern. Das wäre zu brutal. Nein, glaube ich nicht. Glaubst du? Ja, ich bin mir sicher, dass ich recht habe. Ja, es fehlt uns nur dieses eine Aspekt irgendwo. Wir haben alles, also eigentlich hieß dieses Buch, äh, dieser Bereich, weil dann hast du da wieder irgendwie was. Rechts, links, vor allem, was mich so stört, dass das alles so zusammengequetscht wird. Ähm. Wer fällt erst beim Baum? Der Baum fällt, hast schon recht. Wo hast denn du deinen Mattock? Den Mattock habe ich dir gegeben. Also mir ist hier in meiner Kiste, nein, ich bin nicht. Die Brit ist du haben damals, hast du gefragt, ob ich eine Axt habe, dann habe ich sie dir gegeben. Und jetzt, äh, ist sie... Wahrscheinlich weg, weil du sie hattest. Wahrscheinlich weg, weil du sie hattest. Das ist wieder mal so typischer Edgewo. Ist ja so. Es ist verschwindet nie was, weil ich es hatte. Doch. Überall andershin nur nicht daraus sein sollte. Sagen nur mal, ähm, tja, Puh, ne? Das war ein MME. Ich hab dir gesagt, es ist ein MME. Ne, du hast im ersten Moment gesagt, keine Ahnung, wo das ist, das hattest du nicht. Ja. Hab ich nicht gedingst. Also ist es ein MME, das ist die Schlusswahl auch noch raus. Ja, aber trotzdem hattest du... Wenn dann ist es ein MME. Nee, so. Erste Anrufstelle. Standardmäßig ist es noch einer Kiste. Du hast gesagt, dass wir in die Kiste gepackt, also lügen nicht. Die Kiste existiert nicht da unten. Klar. Komischerweise sehe ich sie schon unten. Es ist aber nicht die Kiste noch. Also labern nicht zu einem Möldo. Da... Haben wir da weggelegt. Du vielleicht, ja. Es existiert noch. In deinen Träumen. Ja, nee, erste Anrufstelle. So hab ich dir gesagt. Nee, hast du nicht. Ich hab' gesagt, ne, Kiste als halt ich schnau. Jaaaa. Na, mein' ich sag' meh. Was soll ich mit den ganzen Zeppling jetzt machen? Kann man... Ja, das müsste gehen. Alles, alles, alles doof. Alles, alles doof. Oh, okay, das geht. Du machen wir hier weiter. So. Ich glaub' wir wollen im Baum fallen. Baum fällt. Kurzzeitvergedächtnis. Gleich... ...aktierte. Gleich Sascha. Gleich Sascha. So, wo hast du, du... Immer ich. Immer alles ich. Ja, immer bist du schuld. Nix gemacht und trotz der Schuld. aber nur eine Axt euch händen ich kann die Axt geben da hab ich eine doch, bleib stehen danke ich dir hat sie mir geschenkt, hat sie es gehört? hat sie mir geschenkt äh hallo Harvest Level Obsidian komm allein, Klau erstens, zweitens, zweitens, da sind eine kaputte Axt, aber egal ist das kaputt? die ist broken ist er nicht? doch ist er nicht broken dann hast du Glück gehabt, hab dir falsch geschrieben du bist so ein vollidiot du bist so ein vollidiot hab ich das nicht falsch geschrieben? dann hast du aus dem Wasser Glück gehabt so, Erdkräfter kann man sehr viel scannen ich pisse zu viel so, wie jetzt weiter hier bei der links noch keinen Aspekt gefunden der produzierte wieder jede Menge Flux, das hab ich gesehen ja wie Flux mach ich gar nicht du hast du hast Glas produziert, wo du den links ausgemacht hast den Teebel hab ich alles gesehen ich aus so, muss das gehen ja, so, so, so hat er da recht, ach, da ist alles Wie schaut's denn mit unserer Redstone aus? Haben wir da noch was? Wow, wir haben kein Redstone. Cool, ich bin begeistert. Hat das irgendeinen Grund, warum wir kein Redstone haben? Äh, wir haben Redstone. Weil... die... der will jetzt leer sind, ja. Mal... keiner geguckt hat. Ob die eventuell leer sind oder nicht, weil da ja so schon natürlich... nur nicht mal eins in den Kopf hat. Hallo? Ich schau da schon manchmal runter. Warum habt ihr keinen Redstone? Nimmst Redstone hier drüben raus, hast welches drin. Mal auch keins mehr, dann tust du im Kloster mehr zu Redstone. Die ganze Zeit noch gemacht. Richtig da einfach mal ab. Immerse, immerse, nur Stress mit den Typen. Leute, legt euch kein Sascha zu. Kein Misskäfer. Sag dir deinen Namen schon. Das war Mercedes. Deine Freundin war schuld. Die jetzt wieder. Immer die anderen, immer die anderen Leute. Ich sag's euch. Warum ist da eine Schaufel drin gewesen? Ist die von mir? Keine Ahnung. Wir sollten uns vielleicht auch mal einen Barrel machen mit ein bisschen mehr Upgrades trinken. Dann wird's auch einfach. Ach wirklich? Ja, dazu bin ich zu faul. Ich auch. So. Ja, dann bleib mal bei so klein. Vielleicht dein Plott, Alter. Kann ich auch. Plottrona. Die lässt sich nicht. Ist aber schade. Alles analysieren. So. Warten ist es kein... Wir brauchen irgendwas. Ähm, Redstone bei Clostone, gell? Ja. Und Clostone als Redstone. Naja. Umgekehrterweise weiß ich. Ähm, Stackchen soll genügen vorerst mal. Der Manapool ist voll. Du hast eh umgeschalten am anderen Manapool, oder? Doch, aber keine Kohle drin. Er hat auf den zweiten umgeschalten. Wenn der jetzt schon wieder voll ist, dann. Und das so ein. Nein, ich muss noch Kohle nachfragen. Wir haben keine Kohle drin. Kann sein, dass die leer geworden ist. Letztens war sie noch drin. Da habe ich es nicht getan, wie der Stand war, aber... Es lief nicht. Gib mir zu, dass ich es nicht geschaut habe, wie der Stand war. So. Die bin ich jetzt schon wieder. Gute. Okay. Ja, und wie ihr seht, eigentlich hat hier jedes... Jedes Ding hat hier seine... Einen Aspekt. Seine Aspekte. Wie ihr seht, da fliegt ganz schön immer was hoch. Wenn ich hier was scanne. Ähm... Nein, okay. Kann man jetzt lassen. Glas. Hat man ja schon. Äh... Bäris hat man ja auch schon. Äh... Bäris hat man ja auch schon. Ist es jetzt... das erwartest wenn ich keine Ahnung aber wir haben es auf jeden Fall getan aber ich kreate wo Trottmann ich bin begeistert dann ist gut wenn du begeistert bist er hat schon mal gesagt dass ich begeistert bin ich würde halt gern mal ein Rezept im Dings machen researchen ja andere werden froh wenn sie nicht researchen müssen er will unbedingt researchen ich will es einmal zeigen was ist denn das ich würde es ihm gern mal zeigen kommt sicher noch aber eben da weiter kommt sicher noch irgendwann kommt sicher noch irgendwann ich wollte Artefakt schauen fehlt immer noch was click to Dings click to Dings klicken, klicken, klicken bevor du nicht alles researchen musst sonst wär ja wärst ja wirklich ewig dran dabei dabei die alles researchen müsst mhm soll das Buch ein das ist alles ja aber wenn du wirklich alles selbst researchen müsst das meint euch damit also ja das stimmt das ist dann ewig dabei und die drauf an wie groß ist so brauchst du wirklich nur klicken und das hat es erledigt ist oder ist eben das wie kriegt man ein oder oder ist Grundelement und das ist eine Schad ja irgendeine Schad müsste doch oder haben immer das Problem du du selbst mit der ist an ähm ju wie krieg man den aus der nicht bringt uns das ja auch nix was ordo also was ich vorhin mal gesagt hab dass uns die Schads ja irgendwie was bringen das hab ich dir gesagt dass das nichts bringt du brauchst Millionen Schads aber du wolltest einfach nicht glauben ich muss trotzdem schauen du wolltest einfach in deinem Glauben sein dass du alles weißt ich weiß aber nix weiß ich sowieso weiß ich doch wohl hab ich doch wohl schon abfasst ich weiß nix nix und wieder nix genau so gut also immer so fies zu mir nur die Worte da aber nicht die halt joh 1 2 3 so neterprägt auch mal den äh wissen eine Schad jemals einmal vorliegen hatten einmal durchgescannt haben da 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 so dich bekommen wir aus Stolz jetzt ist aber das ganze Licht doch mal dass die auch spawnen dann I hope I hope du hast du hast so und jetzt sieht immer noch recht so unten das scrollt immer noch durch fisch also es ist vorne schon mal den Säcke nur überhaupt darum bei spawnen natürlich fragt rutsch mit rutsch rutsch wie es aussieht wie es so ne herzschlagader oder irgendwie hat was hat was hat was nicht also jetzt könnte hier eigentlich in der Theorie alles spawnen ich warte ja rot ist alles als es vorne kann bei Tag und bei Nacht mir hat nur die Frage ob wir wirklich was bauen ob wir weit genug weg sind oder nicht so TNT TNT kann man auch mal so hier schaust dir an Sprenger sei in die Luft Sprengminister du hast nicht in mir schadet das ist nicht in mir schadet guti aber dann will ich sagen das war es dieses Mal wir schauen das nächste Mal wieder dran 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 wie wir weiterkommen mit der ganzen Kacke genau also Leute schaut dann wieder vorbei wenn es heißt wir spielen in ganz Kais und diesen Sinne macht gut und haut rein tschüss